Anna, ich würde dich warten von ganz vielen Leuten, ich wollte dir nur sagen. Ah ja, sie sollen alle kommen. Ja, sie sollen alle kommen. Ich würde dich vielleicht noch nicht schon vornehmen. Ja. Oh, das ist alles vorwiegend. Ja, ich würde dich doch nicht vertreten. Beide ich mich auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.